In der SAP-Welt ändert sich momentan sehr viel. Wir haben auf der einen Seite funktionale Herausforderungen, andererseits neue technologische Möglichkeiten. Und gerade für diese Themen suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen, die sich diesen Aufgaben stellen wollen. Ich bin viele, viele Jahre bei AQPERIA mittlerweile. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mein Know-how gut platzieren kann, dass es etwas ist, was letztendlich die Kunden von AQPERIA weiter voranbringen kann. Ich habe ja letztendlich auch einen guten Draht zu den Kollegen, zu den Mitarbeitern. Und das macht es in Summe aus für mich, AQPERIA zu sein. Das macht mir Spass. Das ist genau das Thema, wo ich sage, von wegen, okay, gut, damit kann ich meinen Tag perfekt füllen. Mein bisher erfolgreichster Projekt bei AQPERIA war meine erste SVH-Neinführung. Jetzt habe ich mein Know-how extrem erweitern können. Das hat einerseits mit der Thematik zu tun gehabt und andererseits aber auch mit dem Vertrauen des Kunden. So habe ich neue Positionen annehmen können, wo mein Know-how natürlich dann noch mehr gesteigert hat. Wir beschäftigen uns mit allen Themen um SAP, speziell S4HANA jetzt in den letzten Jahren. Da im Prinzip von den ganzen Logistikmodulen, vom Vertrieb über den Einkauf, die Produktion, den Kundenservice. Und beschäftigen uns dann natürlich auch noch mit der Integration in Finanzbuchhaltung, Controlling und all die Themen, die dann noch mit dazugehören. Bei neuen Kollegen erhoffe ich mir, dass sie gut ins Team reinpassen, dass sie den Drive haben. Und sagen, okay gut, AQPERIA ist der Player, mit dem ich das erreichen kann. Unser Topic Chapter befindet sich im Aufbau. Wir wollen wachsen und da suchen wir jene, die die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam mit uns was erreichen wollen. Das Schöne an dem Team ist, dass es aus sowohl jungen als auch erfahrenen Mitarbeitern besteht. Das heißt, die Jungen dürfen sich jederzeit einbringen, sie dürfen Ideen mit reinbringen. Gerade im Bereich, wenn wir intern auf unseren Spielwiesen diese neuen Themen angehen. In den letzten zwei Jahren durften wir viele spannende Projekte erleben. Unter anderem im Umfeld der Industrie, Industrie 4.0 mit den Lösungen basierend auf dem digitalen Zwilling. Ja, wir sind gerade dabei, die Strategie 2025 zu erarbeiten. Für den SAP-Bereich, aber auch für die gesamte QPERIA. Worauf man sich beim SAP-Thema natürlich freuen darf, ist alles, was mit S4HANA zu tun hat, auf der einen Seite. Und natürlich was mit SAP Leonardo zu tun hat, also die neuen Technologien. Und ich glaube gerade, diese Mischung macht es besonders spannend, in den nächsten Jahren SAP-Beratung anzubieten. arten-Beratung anzubieten. Untertitelung des WDR 2021